Setze Drohne ein. Die kommen auf uns zu. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Wir sind heute mit der Katrin. Hab ein dritteres Ziel. Granate, Granate! Seid ihr okay? Nein, ich liebe den Job. Wir nähern uns dem Ziel. Erledigen wir die Sache schnell. Wir gehen an Bord, zerstören das Labor und ziehen wieder ab. Boss, wir haben nicht genug Sprengladungen, um das Teil zu versenken. Ideen? Hier ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur das Gas aufdrehen. Das Gas strömt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Dann rennen wir wie Teufel. Wie Tasmanische Teufel. Erledigt. Nichts wie runter von dem Boot, bevor es hochgeht. Bewegt euch, das Ding fliegt gleich in die Luft. Jag was in die Luft und der Tag ist dein Freund. El Emissario wird schnell reagieren müssen, sonst teutet ihn sein Opa bei lebendigem Leib. Wir machen ihm Feuer untermarsch, bis er springt. Ja? Wir machen ihm Feuer.